Okay, wir möchten prüfen, ob diese Gleichung eine Lösung gibt. Und wenn es eine Lösung gibt, dann kostet es eine X und Y. Die Lösung weg ist, wir nehmen eine EEA, erweiterte Euclid-Archismus. Wir brauchen eine Tabelle. In unserer Tabelle schreiben wir VK, UK, XK und K. Und nun bis N. Und N, wie finden wir N? N ist zum, wir finden hier, wir zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 zählen. Wir schreiben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und schreiben wir unsere A, 6, 7, 9 hier. Und B, 4, 6, 9 hier. Und hier in UK, hier, schreiben wir das Ergebnis von 6, 7, 9 dividiert durch 4, 6, 9. Und der Rest schreiben wir hier. Also, 7, 9 dividiert durch 4, 6, 9 ist gleich 1. 1, 4, 4, 7, 8, aber die Modenfunktionen. Von dieser Tabelle ist gleich 1. Und wenn wir mit Taschenrechner zum Beispiel, wir nehmen 469 mal 1. Ich greif 4, 6, 9 minus Betrag von 6, 7, 9 ist gleich 210. oder nehmen wir die Funktion von MATLAB mod 32110 und schreiben wir hier und machen wir weiter 4 6 9 dividiert durch 2 1 0 ist 2 und rest 4 9 und 210 dividiert durch 49 ist gleich 4 und kommt rest 14 49 dividiert durch 14 ist gleich 3 rest 7 und 14 dividiert durch 3 ist 2 rest 14 dividiert durch 7 ist gleich 2 rest 0 hier hier wenn wir der rest 0 brauchen wir nicht mehr weiter zu rechnen danach bekommen wir unser ggt gleich 7 und 7 ist mit 4 10 teilbar das sei es gibt eine lösung für diese gleichung und dann machen wir weiter schreiben wir i 0 0 i ist immer gleich immer dasselbe in diesem Schema und in dieser und in dieser selber schreiben wir das ergebnis von i mal 0 ist 0 plus i ist i 2 2 mal 1 ist 2 4 mal 2 ist 8 8 plus i ist 9 3 mal 9 3 mal 9 ist 27 plus 2 ist 29 3 mal 10 6 3 mal 3 mal 3 ist 9 4 mal 3 mal 3 mal 4 mal 3 mal 4 mal 3 mal 3 mal 13 ist 9 und 39 plus 3 ist 42 jetzt bekommen wir unser xk ist 9 und 20 yk ist 42 und unser k ist hier yk ist 5, k ist gleich 5 5 weil unser ggt liegt in 5 Sparchen ist hier 5 Sparchen ist unser k, unser ggt liegt in 5 Sparchen und in der et müssen wir nur diesen Sat von eurer y setzen die Gleichführung steht hier und aus diesem Sat ist folgendes dann müssen wir unser x und y einsetzen und unser ggt auch unser x ist gleich xk ist gleich 29 xk ist gleich 29 xk ist gleich 42 und ggt ist gleich 7 xk ist gleich 29 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 xk ist gleich 38 40 mal B, B ist 4, 6, 0, ist 5, GKT, GKT ist 7, aber in dieser Vergleichung müssen wir hier vergleichen, hier ist 14, diese Gleichung brauchen wir 2, manche besiegen, dann bekommen wir 14, aber wir betragen nur diese X und diese Y, das heißt, wir, unser X ist gleich 2 mal minus 29 ist gleich 85 Y ist gleich 2 mal 42 ist gleich 84 fertig